Bööö! Ey! Mensch! Das ist ne absolute Frechheit. Das ist doch wahr! Und die wollen einfach nicht sterben. Bisschen zurück. Ach, jetzt muss der Yama natürlich erstmal zaubern. Ah, noch weiter zurück und jetzt Löwenatmen. Das hat auch nicht viel gebracht. Ah, Mann, Junge, Luna bringt hier nix. So, nochmal Löwenatmen. Hier wird nicht regeneriert, hier wird gestorben. So, das hätten wir. Ah, das ist verschlossen. So, einer weniger. Zwei weniger. Und nächste. Dankeschön. Renn ich einfach nur in den nächsten Gegner rein, nur um zweimal paralysiert zu werden. Und Heilflaschen, um die Sau zu verschwenden. Ich hab keine Möglichkeit, hier wieder einzukaufen. So, komm schon. Ey. Du willst mich verarschen. So. Konnt hat Valkyre gelernt. Was haben wir denn da? Feindet wieder ab. Na, erstmal wieder. Moment. Ne, da brauch ich noch nix. Ich muss schon wieder den Sack auffüllen. Konnt, als hast du da Frönes. Ruft eine Kriegsgöttin, um die Kameraden zu segnen. Okay. Halten wir uns erstmal vor. Ah, schauen wir uns zum nächsten. Kommt mal an. Nein, nicht eiten. Magie. Können wir die gut gebrauchen. Nein, entbann sollte es eigentlich nicht werden. Aber weil der Typ da halt seinen dämlichen Eiszauber zuerst abgefeuert hat. So. So, und was hat das jetzt genau gemacht? So. Ah, ich glaube, wir machen jetzt für Faden, oder? Na, das hat schon reingehauen. So. Ja, ich glaube, wir machen jetzt einen Montag. So, ich glaube, wir machen jetzt wieder ein paar Tage. Oh ja. Oh ja. Wir gehen hier langsam die Items aus. So. Oh ja, wieder eine schöne große Gruppe. Dann sehen wir, was die zu Maxwell sagen. Abschuldigung! Ja. Platz ist gut. Gleich noch mal. Mensch! Diese verdammten Drohigen! Ah! Okay. Jetzt aber! Haha! Voll erwischt! So, ist das jetzt? Ja. Das ist der richtige Weg. Jetzt noch mehr Treppen. Das ist ein absolutes Klischee. Jeder Bösewicht hat irgendwo eine Riesenhütte. Sei es ein Schloss, in irgendeinem Berg versteckt oder unter Wasser. Ja. Ja. Vor allem... Wer hat das finanziert? Wie hat er das gebaut? Weißt du? Gerade die letzteren Sachen. Kaffee... Ja. ... ... Oh, Mann, der geht mir langsam echt auf den Nerv. Ich hab langsam echt das Gefühl, dass hier wirklich irgendwas von Tony Stark geklaut haben. Na, guck mal, Iron Man! So, Gott sei Dank, die Nächsten. Weiß nicht, ob ich das vielleicht mit einem Leech ein bisschen überdecken soll. So, Yama, du zauberst jetzt bitte Maxwell. Ah. Ne, Maxwell, ich stehe kein Risiko. Ein. Mensch. Ey. Ja. Geh beiseite. Jetzt aber. Ähm. Der fühlt mich wohl verarschen, der Yama, ey. Jetzt heilt der das Ding noch. Manchmal handeln die wirklich intelligent mit dem Zaubern, aber nicht immer. Jawohl. Tief in der Ausflugung im Schloss. Na. Wer soll zurückbleiben? Niemand. So. Jetzt darfst du endlich mal mitmischen. Ja. Da, das geht doch schon mal viel besser. Weg. So schnell kann's gehen. Mhm. Brandzeichen erlernt? Habe ich aber dafür eine Technik? Äh. Brandzeichen. Hüllt deine Klinge in Flammen und schleudert sie den Feind. Okay, tausche ich mal mit der Magma-Klinge aus. So. Und schnell mal hier TP auffüllen. Jetzt muss ich die Dinger sehr, sehr schlau verwenden. Jetzt zurück zum Raum mit den Spiegeln. Okay, der zaubert grad. Und auch noch den falschen Zauber. Okay. Okay, kurz abwarten. Ich denke, das war's. Jawohl. Ich muss der liebe Jamo nicht so oft zaubern. Und du hast auch deinen Spaß. Warte. Ah, die Form wurde natürlich wieder verändert. Ah. Ich friss hier aber der Kondum rum. Wenn ich jetzt wieder hier den Ausgang finde. In einem Haufen Gegnern. Weil das ist nicht mehr normal. Nichts gegen Zufallskämpfer. Weil das ist viel zu oft. Du hast ja eine große Dinger. Und ich bin schon zwei. Ich bin schon geschossen. Ich bin wirklich. Und ich bin schon dran. Du hast nur noch meine Anneke. Und ich bin schon mal leisen. Ich bin schon von der anderen Anleitung. Ich bin nicht mehr. Ich bin auch noch nicht so weit. Und ich bin schon für die Kondum. Und ich bin schon die Anleitung. Ah, steinigen und abschlachten... Ich fasse es nicht. So, Maxwell... Der wird jetzt auch gnadenlos abgemetzelt. Da ist mir auch das Mana egal. Wo muss ich hier runter? Ja! Äh, da wollte ich nicht rein. Okay, jetzt setzt er wenigstens mal den richtigen Zauber ein. So, der erste müsste jetzt auch weg sein. Wunderbar. Oh, immer wieder weg. Oh, im Gegensatz zu Kassel. Aber dann ist es sicher nicht mehr so gut. Geht's denn! Dann ist... Dann auch noch so wieder weg! Dann ist man da in Ordnung. Dann ist das so lecker. Danke, was ist das für mich? Dann bin ich auch... Schlafen Sie mich... Dann sind die Edmste. Ah, nein, ich mach mal Blitz. So. Selbst die Horrorgruppe haben wir überlebt. Da runter, da ist ein Speicherpunkt, wunderbar. So, jetzt sind die Ironmans auch nicht mehr so ein großes Problem. Autsch. Ich vergesse, was ich eben gesagt habe. Wolle. Woe. Wolle. 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 So. Na komm! Und Bäm! Nix da! Ähm...